Jack, Crystal, Bob, Roxanne, Dale, Alice, Adam Eine Gästeliste mit dem Who is Who der Partywelt Eine Liste, die in der Vielfältigkeit ihrer Namen und Pseudonyme beliebig zu ergänzen ist und ebenso in ihrer Wirkung Partyhard, Partyharder Diamond Möglicherweise ist einer dieser Gäste deine Begleitung und dein Favorit Eine Begleitung, die nur darauf wartet, ausgeführt zu werden Nur darauf wartet, erlebt zu werden Gemeinsame Erlebnisse, die euch bereits verbinden Menschen, die vertraut geworden sind So vertraut, dass sie zu einem Teil deines Lebens geworden sind Ein Vertrauter, der dich vergessen lässt Ein Vertrauter, der dich spüren lässt Ein Vertrauter, der deine Bedürfnisse innerhalb von Sekunden befriedigt, die eine Auszeit gewährt, die ausschließlich für dich bestimmt ist Eine Auszeit, die du möglicherweise nicht mehr missen möchtest und in immer kürzer werdenden Abständen genießt Ein verführerischer Genuss, welcher dir die Rückkehr mit jedem Mal ein klein wenig mehr erschwert Und dennoch wird die Präsenz deiner Begleitung fordernder, eindringlicher In immer kürzer werdenden Abständen ruft sie dich Immer und immer wieder Ruf dich, um eure gemeinsame Zeit zu intensivieren Die Intensität eurer gemeinsamen Erlebnisse und eurer gemeinsamen Zeit wird nicht unbemerkt bleiben Du weißt das Und ich weiß, dass du es weißt Ich spüre deine Zerrissenheit Ich spüre deinen Kampf Und ich spüre Resignation Licht und Schatten Schatten und Licht Diamond Erinnere dich, dass deine Zukunft mit jedem einzelnen Moment aufs Neue beginnt Und jeder dieser Momente ist eine neue Chance Eine Chance, dir zu vergeben Eine Chance, nein zu sagen Eine Chance, es zu versuchen Und eine Chance, es erneut zu versuchen Du entscheidest Vergangenes ist vergangen Es zählt, wie du es beenden willst Und jetzt Jetzt hör auf meine Stimme Du bist im Hier und Jetzt Du hast die Kraft, Nein zu sagen Du hast die Kraft, Rückschläge zu überwinden Du bist fokussiert auf deine innere Stärke Erinnere dich an dein Potenzial Erinnere dich an deinen Mut, an dich zu glauben An deinen Prozess zu glauben Ich komme bald wieder, Diamond Und bis dahin nähere deine innere Stärke Einzigartig bist du schon Ein Diamant, eine Zukunft Einigartig bist du schon Untertitelung des ZDF, 2020